Nachgefragt in der Hauptstadt bei Reena Lohmann von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Grüße Sie. Guten Morgen, hallo. Man reibt sich manchmal ein bisschen die, nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren, wenn wir nur mal zwei, drei Jahre zurückgehen würden, zu was jetzt die Regierungsparteien so argumentativ fähig sind, über was sie eigentlich reden. Panzerlieferungen, Grüne liefern Panzer, Grüne verbrennen Kohle. Bei der SPD könnte man das Gleiche sagen. Wundert Sie das auch manchmal? Ja, das stimmt. Also die Parteien treffen sich ja gerade zum Jahresbeginn traditionell zu ihren Klausuren. Und das sind ja normalerweise in politisch ruhigeren Jahren eher so Zeiten, in denen man so Denk- und Werbepausen einlegt. Und in diesem Jahr geht es gleich politisch ziemlich zur Sache für alle drei Ampelparteien, aber natürlich auch für die Opposition, die sich jetzt auf dieses spannende Wahljahr hier vorbereitet und justiert. Ja, die FDP ist ja schon durch letzte Woche. CSU am Wochenende dann, SPD gestern fertig, die Grünen dann heute noch zugange. Wer, aus Ihrer Sicht, wenn Sie das so beobachten, muss sich denn eigentlich am meisten verbiegen? Was ist so Ihr Eindruck? Die FDP jammert ja sehr laut, die Grünen jammern eigentlich nicht, aber sie verbiegen sich vielleicht am meisten, oder? Ja, das muss man sagen, dass die Grünen eigentlich den schwierigsten Start in dieses Jahr vielleicht hinlegen. Also Sie haben es eben in Ihrem Beitrag gesehen. Es steht an die Räumung in Lützerath. Und dort regiert ja eine grüne Wirtschaftsministerin. Das heißt, die Grünen sehen sich jetzt zu Jahresbeginn mal direkt konfrontiert mit den Klimaschützern. Und da geht sozusagen der Konflikt immer weiter auseinander, beziehungsweise entfernen die beiden sich eigentlich immer weiter voneinander. Und die Grünen haben das jetzt gestern zu Beginn ihres Treffens, ihrer Klausur versucht, schon etwas einzufangen, indem sie gesagt haben, wir sagen zu, den Kohleausstieg für 2030, den werden wir jetzt vorantreiben. Und deshalb ist auch damit zu rechnen, dass die Grünen jetzt tatsächlich, sie haben ja das Jahr des Klimaschutzes ausgerufen, sich da jetzt richtig ins Zeug legen, um zu sagen, wir müssen jetzt auch mal wieder etwas tun für unsere Ziele, für unsere Wähler. Und ja, das ist sozusagen zum Auftakt dieses Jahres das Ziel für die Grünen. Die SPD wünscht sich wahrscheinlich auch irgendwie sozialere Themen, muss sich aber um eine Personalie kümmern. Oder vielleicht sogar zwei oder drei Personalien. Stattdessen schiebt man die Themen Steuern, Finanzen nach vorne. Was glauben Sie, was läuft da gerade bei der SPD? Ja, die SPD hat ja zu einer großen Geschlossenheit gefunden und die möchte sie auch nicht aufgeben. Das Signal soll auch von dieser Vorstandssitzung, zu der sie sich jetzt zurückgezogen hat, ausgehen. Und ja, sie will natürlich auch mit eigenen Themen stärker vorkommen. Also sie war bisher ja auch stark sozusagen die tragende Regierungspartei, der Moderator zwischen den beiden Partnern Grünen und FDP. Und jetzt hat sie versprochen, den Deutschland-Turbo zu zünden, also auf die Themen Digitalisierung, Ausbau des Schienennetzes, Ausbau der Straßenreparatur von Brücken und all das, was gerade auch den Bürgern auffällt, was im Land nicht mehr funktioniert, zu setzen. Das ist sicherlich ein gutes Thema. Und da kann sie auch zusammenkommen, insbesondere mit dem Koalitionspartner FDP. Als zweites Thema hat sie jetzt für sich ausgemacht die Steuerpolitik. Das ist auch sehr interessant und vielleicht schon so zu verstehen, dass es da schon einen Drängen auch aus der Partei gibt, zu sagen, naja, so sozialdemokratischer Markenkern, der muss auch mal wieder ein bisschen stärker sichtbar werden. Ja, wie will man das machen? Das will man ja schon seit vielen, vielen Jahren, auch in der Opposition, jetzt in der Regierungsverantwortung. Geht das so einfach? Was glauben Sie? Naja, es ist natürlich schwierig, denn auch die FDP hat ja das Drei-Königstreffen, ihr Traditionelles dazu genutzt, sozusagen ihre Pflöcke einzuschlagen und noch mal zu betonen, dass jetzt nicht die Zeit des Umverteilens beginnt, sondern vielmehr eine finanz- und wirtschaftspolitische Wende gefragt ist, in der es um Steuerentlastungen für Unternehmen und auch für die Arbeitnehmer gehen muss, um das Land sozusagen, ja, wieder die Wirtschaft wieder atmen zu lassen, das Land wieder in Schwung zu bringen. Das hält Sie für das richtige Rezept und das Steuerkonzept der SPD, das wir ja aus dem Wahlprogramm der SPD auch kennen, geht da natürlich in eine andere Richtung und Steuersenkungen sind per Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Ich habe es so ein bisschen auch als Kampfansage der SPD oder der Jusos gelesen, zu sagen, naja, aber jetzt gibt es eben eine neue Lage, jetzt muss man auch Solidarität vielleicht neu definieren und darüber noch mal sprechen, ob nicht Vermögende doch tatsächlich stärker an den Kosten der Krise zu beteiligen sind. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Auseinandersetzung in der Ampel geben. Und die Opposition dürfte sich eigentlich die ganze Zeit freuen, nehmen wir CDU, CSU. In der Opposition kann man ja eher in der Regel sagen, was man will und fordern, was man will und die Regierung vor sich her treiben. Klappt das bisher ganz gut? Was sagen Sie, das zurückliegende Ja und was müsste eigentlich jetzt noch passieren? Denn es stehen ja ein paar Wahlen an. Ja genau, in diesem Jahr stehen Wahlen an und das hat man bei der CSU-Klausurtagung zumindest auch schon sehr stark bemerkt. Also da hatte man ja den Eindruck, da werden schon mal die Slogans vorbereitet. Also Ampel-Tiki-Taka, Ampel-Gehampel hieß es da, Ampel-Chaos. Also die Union scheint ganz klar damit dieses Wahljahr bestreiten zu wollen, die Ampel zu kritisieren, die Ampel als regierungsunfähig, zu langsam, zu entscheidungsunfreudig darstellen zu wollen. Ob das so aufgeht, das muss man mal sehen, weil ich glaube, die Bürger gutieren nicht, wenn Oppositionsarbeit sich darauf beschränkt, die regierende Partei, zumal man ja auch anerkennen muss, dass es wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten sind, permanent nur kritisiert wird. Also da müssen schon auch eigene Vorschläge her und da habe ich bisher, also jetzt nach der Klausurtagung der CSU noch nicht so viel vernommen, aber die CDU-Klausurtagung steht ja im nächsten Wochenende dann auch noch an. Erwarten Sie da große, was ich nicht, Kampfansagen oder große Parolen? Naja, also die CDU wird natürlich schon versuchen, Friedrich Merz wird das versuchen, er ist jetzt ein Jahr im Amt als Parteivorsitzender, da auch eine klare Botschaft zu senden von diesem Parteitag. Es ist die Hessenwahl in diesem Jahr und die Bayernwahl im Herbst, jetzt in wenigen Wochen die Wahl in Berlin. Und da möchte die CDU natürlich erfolgreich sein und da kommt es auch ein bisschen auf die Bundespartei an. Und ja, da wird er sicherlich versuchen, auch inhaltlich Punkte zu machen. Also wo die genau liegen werden, ist im Augenblick ein bisschen schwierig zu sagen. Also jetzt nur die Forderung nach den Kampfpanzern für die Ukraine in den Fordergrund zu stellen, wird sicherlich ein bisschen wenig sein. Der stellvertretende Parteivorsitzende Carsten Lindemann hat schon angekündigt, dieses Jahr soll das Jahr der inhaltlichen Erneuerung der CDU werden. Die ist ja auch notwendig und bisher noch nicht bearbeitet oder es gibt dazu noch wenig Beschlüsse. Zum Beispiel auch in der Migrationspolitik ist man sich da noch gar nicht einig geworden. Und ja, das wird sicherlich der Auftakt jetzt bei dieser Klausurtagung auch sein, diese Themen anzureißen und da vielleicht das eine oder andere auch schon zu beschließen. Wir sind gespannt, sagen nur mal los und werden es beobachten und kommentieren. Für heute sage ich Dankeschön, Reena Lohmann. Vielen Dank.